Was soll ich sagen? Mir geht's gut. Ich bin Peter Escher, Medienmann seit 40 Jahren. Erst Radio, jetzt Fernsehen seit 20 Jahren beim Mitteldeutschen Rundfunk. Da kann man sich ja fragen, was will denn so ein alter Medienhase jetzt hier noch lernen? Kann der nicht schon alles? Da muss ich sagen, also ehrlich gesagt, man kann eine Menge noch mitbekommen. Vor allem, wenn Michael Ehlers diese Seminare leitet. Das war ja erstmal Grundlage. Rhetorik 1. Das heißt, was mache ich als Fernsehmann? Wohin mit meinen Händen? Wenn ich auf der Bühne stehe, nicht hinter der Kamera bin. Ganz wichtige Frage. Wie kann ich vor allen Dingen die Botschaft so rüberbringen, dass die Gegenseite sich angesprochen fühlt? Also tausend Themen. Und das Schöne dabei ist, der Micha macht das einfach so, dass man hinterher kein Schamgefühl hat. Auch wenn man sich auf dem Video sieht und denkt, na perfekt war es gerade nicht. Die Teilnehmer gehen miteinander sehr offen um, sehr freundlich um. Und dass die Atmosphäre hier nicht irgendwie Kellergeschoss, irgendein Seminarhotel mitten in der Pampa ist, sondern dass er immer so wunderbare Orte aussucht wie hier. Dieses fantastische Hotel, dieses Finca Hotel in Calvia Uda. Das nächste Mal Barcelona oder was weiß der Teufel wo. Da hat Ehlers echt Geschmack. Und es macht natürlich viel mehr Spaß, hier in der Sonne zu arbeiten, sich gegenseitig zu helfen und was zu lernen. In dem Sinne, ich bin beim Kurs 2 auf jeden Fall dabei und schon, weil ich Barcelona mag. Ich freue mich und ich kann dieses Seminar allen empfehlen, die vor Kollegen sprechen müssen, die vielleicht meine Ansprache halten oder die einfach sicherer werden wollen. Das schadet nicht, ganz im Gegenteil. Das ist klasse und das liegt nicht zuletzt an der wunderbaren humorvollen Art des Trainers Michael Ehlers. Danke, Micha.